Hallo und herzlich Willkommen zurück. Ja, äh, auch von mir herzlich willkommen zurück. Versuch Nummer 2 mit dir. Puh? Ich muss uns immer warten. Mich jetzt musste sieben, musste ich mal aufs. Ja, guck mal, es geht schon weiter, bevor... Ja, du knistert mir grad das Ohr voll, deswegen muss ich flüchten. Okay, ich lauf. Mhm. Die hat was genommen, also... Verschluckt. Also Leute, nicht wundern, wenn die hier gleich am abkratzen ist. Also ihr seht ja nur noch, dass der Charakter irgendwo gegenläuft und sie dann abgekratzt in der nächsten Ecke liegt. Oh, oh, der ist schön. Ich hab mich an meinen eigenen Sitz aber verschluckt. Dein Lach so... Wir wollen schlagen. Okay, jetzt wär ich fast die Brücke runtergefallen. Ach gut. Ja, ist gut. Okay, alles gut. So, dann wollen wir mal weiter. Zur Blut-Dingsbums-Insel, ne? Blut-Mythos-Insel. Aha. Nicht zu deiner komischen... Du weißt das schon. Ich weiß selbst nicht, was ich da gesagt hab. Ich auch nicht. Ich hab da nicht drauf geachtet, weil's mir zu witzig war. Ich weiß nur so, äh, irgendwas sag ich falsch. Ich will den... Nicht wundern, ich will den braunen Fleck erkunden. Ich hab mir schon was gedacht. Oh, scheiße, voll ne Katze mitgelaufen. Und schon tot. Welche Katze? Ja. Ich kann ja nicht mal mein Mann. Hallo, brauner Fleck. Wir müssen weiter nach vorne. Wahrscheinlich sind wir über die Brücke Latschenkrieges eh. Und ich mach mir grad grad voll die Mühe. Um in die Monster zu laufen. Wo bist du? Komm hierher. Ach, sie macht schon wieder Alleingänge hier. Ne, ne, ich steh hier. Hier erkennst du den... Ja, Alleingang. Sie versucht grad ihren Alleingang zurechtfertigen. Zack. Und auf Leckweg. Allein schon, Alleingang hier. Irgendwo haben wir was noch nicht entdeckt. Ah, da ist so'n kleiner Schnitzel. Da hinten am Arsch. Ist der wild. Da können wir aber später, weil wir eh mit dem Schiffchen Spieß da fahren. Spieh ich auch. Spieh. Spieh ich auch, wenn wir mit dem Fisch fahren. Wenn wir mit dem Fisch fahren. Mhm. Du verstehst mich. Jetzt müssen wir mal wieder anfangen seriös zu wirken. Okay. Jetzt ja. Was? Wo? Ah, Miet, Miet. Mietze Katze. Böder olle Mietze Katze. Okay, das war's auch schon mit den Seriöswerken. Das haben wir auch schon gekannt. Das war irgendwie jetzt auch ein Weihnachtslied. Äh. Ja, bei dir ist noch Weihnachten, ne? Ich weiß nicht. Es bricht jetzt so aus bei der ganzen Kälte. Ja. Ich glaub du hast dir heute dein, dein... Mein, mein? Irgendwas abgefroren, dass du auf einmal dein... mit. Ah, klar. Ein paar raus. Auch mit. Oh Gott, ich kann das gar nicht nachsprechen. Meine Kiste, meine Kiste, meine Kiste. Was willst du hier nachsprechen? Ja, hol dir die Kisten. Huhuhu! Was? Was? Huhuhu. Huhuhu. Ich seh nicht Huhuhu. Ah, da werden wir nach... ...da hinten... Nein, wir rennen selber. Ja, aber wir müssen doch da hinten reiten, ne? Ja. Lass die mal später machen. Welche war das? Die... Zeitquest. Pff. Kutz. Hä? Zeitquest? Die hat keine Zeit. Die hat Zeitquest. Ach, da. Der... Kors... Korsalauf? Ja. Achso, okay. Äh... Wo müssen wir hin? Ähm... Das wird ja auch leider nicht irgendwie angezeigt, weil... Irgendwie nicht. Ähm... Kann man das abbrechen? Ich bin verwirrt. Es bringt nichts Sinn, im verwirrten Zustand sowas zu tun. Ähm... Ja, wollen wir erst die anderen machen? Ja. Okay. Äh... Das verwirrte habt ihr nicht gesehen. Gelerkt oder so? Bär. Puschelbärchen. Ich weiß nicht, ist ein Puschelbär. Da war mal ein Puschelbär. Guck mal, da hinten ist ein Nüppsel. Da ist ein... Komisches Ding. Komisches Ding halt. Du kommst an und das Ding ist tot. Komm mit. So, Leute, jetzt habt ihr irgendein Blatt vor der Linse. Jetzt habt ihr irgendwelche Probleme, die ich nicht teilen kann? Nein. Ah, scheiße. Maus verrutscht. Ma... Maus. Also heute habe ich echt sprechen verlernt. Maus verrutscht, so. Aber... Seid mir nicht böse. Ich bin krank. Ich darf das. Im Kopf, ja. Ich weiß. Du mich auch, ey. Sie ist so frech. Wie möglich. Ob ist jetzt hier der Sekt? Ich habe das gesehen. Da. Was ist denn da? Was ist denn da? Ach so, eine komische Birne. Was? Ach, Sandbirne. Ich habe auch irgendwie was am Po. So. Okay, befreit. Sandbirne. Dafür, dass es... 10 davon wammeln müssen. Gibt es relativ weniger. Aber von denen geht es viele. Na, zwei Stück noch. Und da. Also wo. Die nicht. So. Okay, das geht jetzt. Wenn euch die hier rum sind. Dann Nombraten. Das geht. Ja. Und dann geht's mal. Ich hab eine. Hm, ich auch. Alles meine, aber ich hab jetzt nie mal nicht gesagt beansprucht. Ist der fies. Puh. Ich bin so meins, 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 Mensch. Alles meins. Jetzt grüße ich euch, das zu spielen. Puh. Gerade deswegen liebst du mich. Sag es. Genau. Ich liebe dich, um ganzem Herzen. Geh doch. Meins beansprucht. Hab's jetzt nichts dazu gezwungen, das zu sagen. Das war ihre alleinige Liebe zu mir, die dazu genötigt hat. Ja. Meins. Das ist da eine, die ich nicht sehe. Nö, ich sehe keine, aber die nächste ist meine. Geil gut, es geht. Okay. Hier, hab' gefunden. Oh, scheiße. Ich bin's, ich bin's, ich bin's. Aua. Bin schon wieder so um die Fresse gekriegt. Das kommt doch vor, wenn man meins sagt. Ja. Ja. was sein getötet nur noch da kommt zurück ich sehe eine 9 wo ist der andere getötete der läuft noch lang wo er lebt noch da war ab hier ist es ist die 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 und jetzt darauf ich habe noch eine gesichtete ich habe gesagt dass wir jetzt mal auf die andere seite gehen ja hol sie dir wo bist du da hier drüben das ist cool ich weiß nicht ich höre dir das so gut ich bin mir sicher beansprucht weil irgendwie ist der sound schon wieder leiser geworden ja das habe ich auch das gefühl dass bei mir der sound irgendwie immer leiser wird bei mir ist er schon auf 50 bei mir ist er schon auf 100 und er wird nicht lauter jetzt habe ich ihn mal auf 100 mal gucken die sein geht dir ich sehe sogar den bären vom hals das ist ja nett ab hier ist ab zu laut wie schwer also bei mir ist es nicht lauter irgendwie es kann auch sein das ist so ähm das ist ja bei youtube auch so wenn ich dich höre dann wird das automatisch auch nochmal schön leiser so dass ich dich ja hören kann auch wenn ich das sowieso schon tue jetzt wird das sound wieder lauter ein oder ich bilde mir das ein quest und ein komischer siehst du quest quest ja einsprucht da unten liegt tut tut hör auf mich anzugreifen tot und tot gemacht quest 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 ich rette das riecht ihr seht mich nicht ihr seht mich nicht toll oh meine ey geh auf den weg so was wollen wir mal tun was will die die prinzessin gerettet ist das nicht die prinzessin ja wo haben wir den hauptling stufen siehst du einen häuptling ich sehe keinen häuptling 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 der soll ja hier irgendwo sein häuptling krieger schamane 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 oh da schreit er sehntruichen immer mal weg ne der ist dann sonst so ich glaube wir müssen kann es sein dass wir noch ein paar mehr töten dann kommt das zu uns wahrscheinlich gut gut häuptling wir warten schon auf dich häuptling jetzt wird es natürlich wieder lauter die größte verarsche des jahrhunderts handgottes da guckt jemand zu viele actionfilme glaube ich mell die 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 so sie sind eins die wo die die Hast du Freunde? Also wir töten jetzt erstmal hier durch, würde ich sagen. Der ist im Besitz des Schlosses für die Kirchen, damit er auch müsste die Böseaktigen töten. Oh, ich frage mich, woher? Es ist wirklich so. Wir müssen töten und dann kommt der. Aber wir können auch da drüben hingehen, wo du jetzt lang latscht. Latscht. Latscht mal. Ich latscht ne Runde. Latsche. Sag, wenn du ihn siehst. Der wird zu uns kommen. Wenn er irgendwann mal da ankommt. Der ist halt ein bisschen langsam. Truhe beansprucht. Truhe, 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 Truhe. Sie beansprucht sich die Truhe, ich erlöse dich, Reh. Ist ja genauso geredig wie ich. Nur, mein Inventar ist voll. Hm, noch nicht ganz. Mein Inventar. Böses Toter. Also kann er jetzt endlich mal kommen und zu rächen, also versuchen zu rächen. Das, ja. Das war eine Truhe. Schon wieder meins. Du siehst Sachen? Tö, kann ihn nicht plündern. Check ich nicht. Warum? Check ich nicht. Vielleicht ist sie auch buggy. Und von eben noch. So Häuptling. Wie viele sollen wir noch töten? Gleich hast du gar keine Folge mehr. Die Truhe ist doch offen. Siehst du sie noch? Ja. Komisch, ne? Siehst du bei mir ganze Zeit jetzt offen. Ja, offen ist sie bei mir auch. So. Ich hab alle Birnen. Da, ich hab den Häuptling. So, bist du. Hier oben. Warte, nicht angreifen. Hab ich doch schon. Oh. Oh. Voll nett. Ich krieg nicht ab von ihm. Wird ihr den Schlüssel bekommen? Du. Nö, du. Nö, ich. Willst du ihn haben? Ja. Kann ich nicht, tut mir leid. Zeig ich her, geht nicht. Ich lauf zu ihr. Oder war er die ganze Zeit da oben? Nee, der kommt. Ich hab doch grad die Quest gelesen. Okay. Warte doch mal auf mich. Ich brauch die Quest zufällig auch. Oh, schön. Wir sind im Indianerland, ne? Was für ein Land? Ich find... Indianerland. Sagt wer? Ich. Wie ne Musik. Äh, ja. Mach auf. Ja, ich bin dabei. Los, du Opfer. Gitter. So, ich hab alle Quests fertig. Du auch? Ich muss nach Birnen suchen. Such. Los. Hopp. Hobby-Schwester. Du mich auch. Arm, Arm, Leuchter. Ja. Sie ist wieder so nett zu mir. Ich bin immer nett. Oh. Ups. Direkt vor unserer Nase. Bis bald. Und? Schaust du dich auch gut genug um? Ja. Ja. Ich laufe bei uns groß. Kann man hier verkaufen? Ja. Kann man hier verkaufen? Wäre vom Vorteil, ne? Ich habe, ihr findet etwas nötig, dass er was zum Verkaufen da haben. Ja. Wie hat man dabei fit bei denen verkaufen kann? Wie hat man dabei fit bei denen verkaufen kann? Warum hast du die schon voll? Weil ich sammelwütig bin. Das glaube ich dir gerne. Ja. Gierig ist etwas. Ja. Ich weiß, dass du später mal mehr EP haben wirst als ich. Warum? Weil du immer vorrennst. Ja, wenn die mich angreifen, ja. Dann musst du sie natürlich sofort töten. Versteh schon. Ja, ich hau da einfach mein Dings drauf. Dann hau nicht mit deinem Schild drauf. Ganz einfach. Du wirst mehr als eine Attacke haben. Nein. Nein, das hat sie natürlich nicht. Vorher hat sie einfach nur mit der Waffe raufgehauen. Mhm. Wir müssen jetzt auch, wenn du noch nicht fertig bist, mitmachen. Wie viele brauchst du noch? Eine. Dann such mal. Dann muss ich Stopp machen. Ja, ich such schon. Ich such schon. Da hinten vielleicht. Da warst du doch schon. Hier, da, da am Baum oder so. Ja, da ist einer. Fertig. Gut, dann gehen wir ab. Und dann mal enden wir die. Sie ist ungeduldig, Leute. Ich bin nicht ungeduldig. Ich würde ja aufs Aufsatz sagen. Bam. Los. Ich überziehe freiwillig. Seid dankbar. Ich bin dankbar. Du siehst mein dankbares Gesicht. Nicht mein ich. Komm aus. Okay. Du siehst du nicht nur das. Die Legion wird fallen. Stärke. Wirklichkeit bräuch ich doch nicht. Stärke Ausdauer. So, ich bin wechselt. Wer kauft? Und ja, bist du auch fertig? Ja. Ja. Gut. Dann würde ich sagen, wenden wir jetzt diese Folge. Und ich sage Bye-bye. Ciao, ciao.